Herzlich Willkommen. Hier sind zum einen der Daphne und der Louis. Hallo liebe Zeitreisende. Und wir haben die 102. Folge von V100. Ja, wir haben zuerst die Hausmeister-Themen, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden gerne viel. Deswegen haben sie auch dieses Hobby, ist ein Selektionsproblem. Und da sie eben besonders gerne über sich selber reden, was aber keinen interessiert, eigentlich begrenzen wir uns auf zwei Minuten. Genau. Danach haben wir verschiedene Ereignisse für euch parat gelegt, unter anderem auch schweifen wir ab in die Welt der Zahlen, sprechen über den Völkerbund, über die Neuordnung der Weltkugel und haben auch Werbung für euch von vor 100 Jahren. Wir haben alles. Wir haben Werbung, wir haben einen Wirtschaftsteil, Verfall der Währung, wir haben einen politischen Teil mit den Volksabstimmungen im Rahmen des Versailler Vertrags, einen mannigfaltigen Blumenstrauß von Themen. Und Harry Graf Kessler wartet. Die alte Eule, es gibt sie noch. Und wer wissen möchte, was er in den letzten zwei Monaten so getrieben hat, der kann warten und das hören. Genau. Gehen wir mal gleich zu den Hausmeister-Themen, Luis. Ich starte die Eieruhr. Also, wir haben ja schon mal erzählt, wir machen jetzt vor 100 weiter. Wir machen aber halb so viele Folgen. Ansonsten ein ähnliches Konzept. Also wir machen im Frühjahr eine Staffel mit fünf Folgen monatlich immer zum 15. Also 15. Januar bis zum 15. Mai. Eine Monat Pause. Dann nochmal fünf Folgen. Genau. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich halte nicht die vor 100 Eieruhr in meinen Händen, denn, und ich habe es Luis auch noch nicht gesagt, aber ich werde es an dieser Stelle tun, liebe Zeitreisende, lieber Luis, halte dich fest. Sie ist kaputt. Nein! Keine Eieruhr. Ja, dafür habe ich hier eine digitale Eieruhr. Die ist nicht halb so genau wie diese Eieruhr von dem Ein-Euro-Shop bei dir hier um die Ecke. Dafür kann sie noch viele, viele andere schöne Dinge außer Eieruhr sein. Ja. Ja, dann waren wir in den letzten zwei Monaten fleißig am Arbeiten, am Werkeln, am Schrauben, am Löten, am Haare kämmen, am Haare wachsen lassen und wir waren auf dem Histocamp. Genau. War interessant. Wir waren mit Ulrike da. Von Exponiert, dem Museumspodcast aus Berlin, beziehungsweise macht sie auch mit bei Staatsbürgerkunde. Und fairerweise mit anderen Teilnehmern. Ja. Ja, wir waren da nicht nur alleine. Genau. Wobei, also wenn wir drei ein Camp machen würden, das hätte auch schon eine Berechtigung. Und das war sehr interessant. Das war hier in Berlin. Ja, was soll man sagen? Wir haben beide eine große Tüte mit ganz vielen tollen Büchern bekommen, die lese ich immer noch ab. Ich habe sieben Bücher oder so mit nach Hause genommen. Das ist immer sauf hier im Histocamp. Ich habe eins gewonnen. Ja, Steffen hat sogar eins gewonnen beim Histo-Bingo. Ja. Und wir haben uns einfach super gut unterhalten, weil wir kommen aus unserer Blase aus. Wir eher so IT-Ecke. Und da sind Geisteswissenschaftler. Und wir haben auch gemerkt, Geisteswissenschaftler ticken anders. Komplett anders, würde ich sagen. Aber cool. Ja, kann man so sagen. Also ich fand. Kann man auch sagen. Also ich gehe da immer gerne hin. Wir haben sogar eine Session gegeben. Und zwar, wie man Tagebücher im Podcast darstellen kann. Ja. Sie war sehr beliebt, unsere Session. Ja, ich glaube, also es waren zwei Hände voll Personen da. Ja, aber jetzt kommt ja, ich hasse diese Arbeit. Wir haben viel, viel Feedback bekommen, unter anderem von den Filmemachern. Wir haben uns danküber ausgetauscht, was man denn mit historischen Tagebüchern alles so machen kann. Auch außerhalb von Podcasten. Und ich würde sagen, die Eieruhr hat getickt. Es ist vorbei, zwei Minuten. Und wir kommen zu den Ereignissen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Seid gespannt. Das ist die letzte Folge zum Jahr 1919. Wir haben Weihnachten, wir haben den Jahreswechsel. Und um unsere Ereignisse einzuleiten, möchte ich euch berühmte Gestalten aus dem Jahr 1919 aufzählen. Wobei hier zu erwähnen sind, das sind Gestalten aus einer Karikatur. Also das ist jetzt Ironie. Genau, du hast so ein kleines Sättelchen vor dir mit Karikaturen, die du gefunden hast. Und da sind kleine Zeichentrick-Karikaturen von Gestalten, wichtige, berühmte Gestalten aus dem Jahr 1919. Die Zeichnungen könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber Luis, was ist da so abgebildet? Der Mann, der nicht einmal gestreikt hat. Ja. Die Familie, die niemals etwas gehamstert hat. Die Frau, die im Jahr 1919 eine Wohnung gefunden hat. Ja. Also Wohnungssituation auch vor 100 Jahren miserabel. Ich meine, also offensichtlich passiert das so selten, dass man damit berühmt ist. Ja. Stell dir vor, du bist berühmt, weil du nie gehamstert hast. Ja. Oder weil du eine Wohnung gefunden hast. Der stärkste Mann, der beim Empfang seines Steuerzettels keinen Tobsuchtanfall bekam. Okay. Das scheint ein massives Problem gewesen zu sein. Ja. Und die nächste Karikatur ist, was bringt uns das Jahr 1920? Ja. Was bringt uns denn das Jahr 1920? Ja. Ganz sicher den Auszug der Zwangsmieter. Ganz sicher eine Polizeistunde. Ganz sicher eine neue Mode. Ganz sicher einen neuen Stern am Film-Moment-Film. Film-Moment-Film. Also eine neue Film-Diva. Ja. Kann ich, also da würde ich jetzt mal sagen, kann ich mir vorstellen, dass das 1920 auf uns zukommt. Der vor 100 Podcast wird berichten. Und das Wichtigste, vielleicht auch den Abbau der Preise. Steht da auch jetzt Karikatur? Ja. Ja. Also Karikatur. Ja. So viel dafür. Und Weihnachten, Steffen. Ja. Wie wurde dann 1919 Weihnachten gefeiert? Ja, stell dir vor, auch vor 100 Jahren wurde Weihnachten gefeiert, Luis. Das ist Wahnsinn, ne? Und 1919 ist sehr speziell, denn 1919 ist das erste Weihnachten im Frieden. Jetzt könnte man ja sagen, oder du könntest auch sagen, aber Steffen, 1918 war doch schon Krieg vorbei. Das muss doch auch schon Frieden gewesen sein. Sagt er nicht. Okay. Ja, aber doch, das ist doch wahr. Und der Grund ist allerdings, dass 1918 redet man von der sogenannten Blutweihnacht. Wir erinnern uns, der vor 100 Podcast berichtete, es gab massive Aufstände zu Weihnachtszeit 1918. Maschinengewehre konnten gehört werden. Und jetzt ist aber 1919 das nicht mehr so. Es gibt tatsächlich Zeitungsartikel, die sich darum drehen, was denn die Hausfrau kocht und zubereiten wird zu Weihnachten. Und es gibt keine Maschinengewehre mehr, die auf den Straßen rattern. Vielleicht dazu ein Kommentar aus der Zeitschrift die Woche. Aber unter diesem Baum liegen wieder, wenn auch spählich, Honig, Kuchen und Nüsse, Äpfel und Schokolade. Die Stolle aus weißem Mehl hat wieder Rosinen. Und hier und da wird selbst auf bescheidener Tafel die alte Weihnachtsgans nicht fehlen. Die fürsorgliche Hausfrau hat sie der Keulen beraubt, die eingepickelt für Neujahr aufgespart werden. Ja, also Weihnachten dreht sich wieder um das, worum es wirklich geht, um die Weihnachtsgans. Jedenfalls, da geht der Trend nach oben. Ja. Der Frau Hundert Podcast findet das gut. Ja, es ist doch auch mal wieder ein schönes Ereignis, dass nach fünf Weihnachten es endlich mal wieder eine Friedensweihnacht gibt. Vielleicht das letzte Satz aus dem Artikel zum Weihnachten 1919 aus der Zeitung die Woche. Und das ist vielleicht das Schönste an diesem Weihnachten. Es wird in Deutschland wieder gearbeitet. Vernunft scheint eingekehrt, wo Wahnsinn, solange es selbstmorderisch wütete. Und das ist für mich ein schönes Schlusswort zum Thema Weihnachten 1919. Lass uns vielleicht noch auf einen zurückgehen, auf einen Artikel, auf ein Thema. Geld. Geld. Das ist ja auch wichtig zu Weihnachten. Ja genau, was braucht man zu Weihnachten? Geld. Also Liebe, Familie, Beborgenheit, Zusammensein. Essen hatten wir gerade, Weihnachtsgans. Natürlich ist Geld für den Kauf der Gans auch nicht schlecht. Und da erleben die ehemaligen Mittelmächte, besonders Deutschland, einen massiven Preisverfall. Was schätzt du, wenn vor dem Krieg man ungefähr so vier Mark irgendwas für einen US-Dollar bezahlt hat, was schätzt du, wie viel Reichsmark muss man bezahlen jetzt für einen US-Dollar nach dem Krieg? Ich habe auch immer Reichsmark, ich hätte gerade D-Mark gesagt, Reichsmark. Also du redest von der Inflation seit Kriegsausbruch bis jetzt. Genau, weil jetzt hat man den Krieg verloren, man hat natürlich Schulden zu bezahlen. Also die Spekulation ist die, dass jetzt der Dollar im Verhältnis zum Reichsmark vorher war es, sagen wir mal, 1 zu 5. Und was würdest du sagen? Auf jeden Fall mehr, denn Deutschland ist ja auf jeden Fall auf der Verliererseite, die deutsche Wirtschaft ist kaputt. Der Dollar ist ein wichtiges Zahlungsmittel, ich würde sagen 1 zu 30 vielleicht. Also 300 Prozent Verteuerung wäre das dann. Ja, so ungefähr. Fast 1.000 Prozent. Ja, deutlich mehr. Und der Dollar ist jetzt schon als Weltwährung im Einsatz, also nach dem Ersten Weltkrieg hat die Akzeptanz des Dollars erheblich zugenommen. Und jetzt, die haben ganz viele Zahlen, aber wir lassen es einfach im Vergleich zum Vorkriegswechselkurs, heute von vor 100 Jahren, im Jahr 1919, 1.000 Prozent Wertverlust. Für einen Dollar muss man in Berlin 48,5 Reichsmark bezahlen. Das ist Wahnsinn. Wir reden hier von einer Zeitspanne von fünf Jahren. Ja, das ist eine sehr hohe Inflation. Die Regierung ist sich dessen bewusst und hat Gesetze erlassen, die aus Geldmarktpolitischer Sicht interessant sind. Und nämlich den Wechselkurs zwischen Gold und Papiermark eingefroren. Ja. Ja. Im Chronikbuch steht nur lapidar, der Schwarzmarkt blüht. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, das mit den Weihnachtsgänsen, es ist ja immer noch in Deutschland, im Deutschen Reich so der Fall, dass die Nahrungsmittel knapp sind und dann kommen auf einmal eine Weihnachtszeit und alle wollen Gänse haben. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal positive Auswirkungen auf den Schwarzmarkt hat für Schwarzmarkthändler. Natürlich negativ für die Bevölkerung. Also Zeitreisende, die einen Job suchen in der Zeit von vor 100 Jahren, wer sind Schwarzmarkthändler? Wir haben noch Zeitungsartikel ausgesucht. Ja, ich möchte noch zu dem Thema. Wir haben ja die Welt der Zahlen als kleine Überschrift, aber das passt glaube ich ganz gut, denn wir haben ja Zahlen rausgefunden vom Ende November 1919, dass die deutschen Mehrrationen angepasst werden für vier Wochen bis Ende Dezember. Und zwar, die Deutschen erhalten einen Monat lang 1700 statt 1750 Gramm Mehl wöchentlich. Das muss man natürlich umrechnen, das heißt jetzt nicht, dass man so ein Pack Mehl kauft, sondern Mehl wird ja auch verarbeitet. Und da darf jetzt maximal 1700 Gramm Mehl wöchentlich, sie erhalten einen Monat lang 1700 Gramm Mehl wöchentlich. Du hast recht, ja. Ja, und das ist natürlich extrem wenig, wenn man mal weiß, wie viel so Mehl ist. Ja, deswegen. So, wir haben kurz unterbrochen, denn der Luis bekam Besuch. Und ja, wo waren wir? Weil wir waren bei Mehrrationen und dass es doch sehr wenig ist. Und haben rausgesucht, Zeitungen vom 15.01.1920. Und da bin ich hängen geblieben beim Berliner Tageblatt. Und da gibt es hier so eine Art Werbung, das ist aber eher so ein Werbetext. Und da würde ich gerne mal von dir haben, Luis, den Eindruck, wir verlinken das auch alles, lieber Zeitreisende. Würdest du das hier dir durchlesen in einer Zeitung? Das ist jetzt ein Text, der geht über drei Spalten und hat bis ungefähr ein Drittel der Seite. Ein Drittel Zeitungsseite. Es ist und in sehr engen Geschriften. Die haben wir damals Ressourcen gespart. Nee, das würde ich, also als Werbetext würde ich mir als Verbraucher, wenn ich nicht unbedingt Brillen kaufen möchte, würde ich es nicht lesen wollen. Genau, also das haben die aber ganz geschickt gemacht. Das sieht nicht ganz aus wie Werbung, erst auf den zweiten Blick. Denn das ist so getarnt als eine Zeitungsmeldung mit der Überschrift. Die Abschaffung der Brille. Wichtige Erfindung der deutschen optischen Industrie. Klammer Nachdruck verboten. Und da würde man erst mal denken, wow, was hat die deutsche Industrie jetzt super tolles, super Kalifragilistik, explizitialig, ich habe das Wort genau vergessen. Was hat die jetzt wieder erfunden, um die Brille abzulösen? Also die Botschaft ist, wir haben was Besseres als die Brille. Verbraucher, kauft unser Produkt, schmeißt eure Brillen aus dem Fenster, wir haben was Besseres. Genau, und was würdest du jetzt vermuten, was würden die jetzt hier als Zukunftsforschung anpreisen? Oh, ich glaube Laser wäre ein bisschen zu früh, aber weiß ich nicht, irgendwas zwischen Kontaktlinse und Laser, gelaserte Kontaktlinse? Also ich dachte schon, dass das so eine Art Kontaktlinse wäre, vielleicht. So nach dem Motto, das Prinzip der ersten Glaskontaktlinse wäre ja gar nicht so schwierig, denke ich. Du würdest ja nur Glas irgendwie schleifen können und das vermessen können. Das konnten sie aber auch schon für Brillen. Vielleicht gab es da so Standardkontaktlinsen, wie sich die Leute in die Augen einsetzen konnten. Es ist allerdings sehr viel trivialer. Und zwar ist das hier erstmal so ein Essay, Bestandsmeldung, Brille heute. Dann schreiben sie rein, ja die Brille ist doof, sie entstellt das Gesicht und sieht einfach schlecht aus. Es ist völlig furchtbar. Und dann gibt es hier noch andere, also es gibt noch eine Alternative zur Brille, die nennt sich Kneifer. Und liebe Zeitreisende, wir verlinken das. Ich weiß, was ein Kneifer ist, das ist furchtbar. Genau, wir verlinken mal so ein Bild vom Fritz Harbert, da hat der auch einen Kneifer auf. Und das sind so Dinge, die man sich auf den Nasenrücken sozusagen einklemmt. Und dann hat man Gläser vor den Augen. Brille ohne Bügel. Genau, Brille ohne Bügel. Die haben nur die Nase als Halte. Genau. Und hier in diesem Zeitungsartikel, in der Werbung sozusagen, da wird der Lohmann Kneifer angepriesen. Denn er hat alle Vorteile, und jetzt zitiere ich hier, er hat alle Vorteile der Brille, ihren besten sicheren Sitz auf den verschiedenen Nasenformen, die gesundheitlich richtige Stellung ihrer Gläser zum Auge. Und er hat den einzigen Vorzug der bisherigen Kneifer, die bequeme Handhabung. Aha. Genau. Denn das wurde hier in diesem Text erwähnt, dass die Brille halt den Sitz, also der Sitz der Brille ist extrem gut und die Gläser sind genau richtig positioniert. Und das hatten anscheinend die Kneifer als Manko, dass die Gläser zu nah an den Augen sind und die Leute dann dazu neigten zu schielen. Und das kann wohl der Lohmann Kneifer, kann das wohl besser machen. Wir haben leider keinen Nachdruck gefunden. Ich fand aber interessant, dass vor 100 Jahren so ein hässlicher Kneifer als die Innovation überhaupt angesehen wurde. Da bin ich mal gespannt, was das Zeitgenossen in 100 Jahren über unsere heutigen glorreichen Errungenschaften... Ja, genau. Und kommen wir mal zur weiteren Werbung, nämlich auf derselben Seite finden wir hier noch eine Werbung. Gesundheit und Wohlbefinden sind sozusagen zu erreichen und aufrechtzuerhalten durch die ständige Behandlung mit dem vielfach anerkannten wohlmutschen elektrogalvanischen Apparat, Marke GW Co. Tausende von Anerkennungen, Druckschriften durch G, Wohlmut und Co. in Dresden A12. Also da wird ein Apparat angepriesen, der... Du hattest das mir mal auf Ebay gezeigt. Genau, ich hab hier auch noch einen Link, können wir gerne noch mit draufstellen. Das ist halt die Frage, wie lange der noch aktuell sein wird. Aber da auf Ebay wird auch ein galvanischer Elektroapparat verkauft. Für 230 Euro von 1910. Genau, das ist nicht derselbe, klar, der gleiche. Aber da sind auf jeden Fall Bilder von so einem Ding und die haben sich wohl, also die sind wohl relativ ähnlich im Aufbau. Es gibt so einen Stromanzeiger. Ich finde es eine Mischung aus U-Boot, Schuhputzkoffer und Presslufthammer im Stil von vor 100 Jahren. Genau, das ist so ein riesiger Schuhkarton sozusagen, wo ein Haufen Elektronik drin verbaut ist. Und da gibt es einen Stromanzeiger, MediApair. Und schön in Steampunk-Optik. Ja, tatsächlich. Also Rollenspieler hätten ihren Spaß daran. So Metallnadeln, die ausschlagen und goldene Messing-Instrumente. Und dann kannst du hier einmal, du hast hier zwei Kontakte, An-Ode und Kathode, da kannst du dann die Kabel anlegen. Und kannst da oben in so einer Leiste, die von stark bis schwach geht, kannst du dann die Stärke einstellen, wie stark sozusagen das anliegen soll. Dann kann man sich selber einen Stromschlag verpassen. Ja. Ich habe jetzt nicht so viel dazu gefunden. Ich habe auch nicht so intensiv nach den Wirkungs-, also nach den Heilungsgrad gesucht. Allerdings wird angezweifelt, dass das damals wirklich funktionierte. Es gibt Berichte von Scharlatanerei. Tatsächlich gibt es aber das Prinzip auch noch heute, dass du mit Reizstrom in der Physiotherapie arbeitest. Und dann wird dir Strom angelegt an Muskeln und Muskelbeschwerden, glaube ich, zu lindern. Ich hatte sowas auch schon mal. Ich kenne das nur auf so Shopping-TV-Kanälen, die ich als Kind geguckt hätte, weil ich immer fernsehsüchtig war oder in irgendwelchen übergewichtigen Zeitgenossen empfohlen würde. Mit so einem Elektro-Dingsbums, der die Muskeln durch Elektro trainiert, wird man von ganz alleine ohne das eigene Ernährungs- und Sportverhalten auch nur andersweise anpassen zu müssen, abnehmen. Genau, ja, ich habe vergessen, wie diese Dinge heißen, aber das, was ich meine, ist in der Physiotherapie anerkannt. Und ich hatte auch mal so eine Behandlung bekommen, um mal zu erfahren, wie das ist. Und war gut. Ich glaube, wenn du richtig das Training machst und dann Trainer dazu und Trainerin, das ist, glaube ich, gut. Also das sollte jetzt nicht Muskeln bilden, sondern es ist ja eine Therapiemöglichkeit. Das sollte den Heilungsprozess unterstützen. Und tatsächlich ist es so, sie hatte auch mehrere Stärkestufen eingestellt. Und auf der ganz schwachen merkst du halt so ein leichtes Kribbeln. Ich hatte das, glaube ich, am Arm. Und dann hat er sich das immer höher gedreht auch. Und am Ende ist es so, als ob du so kleine, ja, kennst du das, wenn du mal an so einen kleinen Elektrozaun mal so an Mutprobe als Kind angefasst hast? So, wo so Vieh eingezäunt wird. Und da kriegst du auch so einen kleinen Stromschlag. Aber der tut jetzt nicht so weh. Es zackt halt ein bisschen. Und so fühlt sich das auch an. Also je stärker das geht. Ich kenne Horrorgeschichten von Leuten, die da gegenpinkeln. Ich habe es selber nie ausprobiert. Ja, ich glaube, man sollte da nicht gegenpinkeln. Ich bin, ich bin mal, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, den Taffen hat er gerannt. Das ist so ein Advent, so ein Lauf, der geht ziemlich lange, wo du halt so Hindernisse bestehen musst. Das ist zum Beispiel durch Eiswasser schwimmen. Also wirklich mit Eisblöcken drin und durch Schlammroppen unter Dracheldraht. Und warum man sowas macht, frag nicht. Weil man es kann. Ja, ich habe sowas mal gemacht. Das war auch nicht ohne. Also weil man muss schon ganz schön lange laufen und es war sehr, sehr schlammig. Und einige waren, waren schon fies. Wobei man auch sagen muss, ist, wenn man jetzt fit ist und viel Sport macht, ich hatte nicht so die Angst, weil ich mir sage, es kann sich halt jeder anmelden. Und wenn es ernsthaft gefährlich wäre, würden die einen Fitnesstest voraussetzen. Weil bei allen ernsthaft gefährlichen Sachen, so beim Bergsteigen oder beim Tauchen, musst du beim Arzt einen gewissen Fitnesstest nachweisen. Das war jetzt, ich glaube, da war das nicht so der Fall. Jedenfalls dachte ich mir, so schlimm kann das schon nicht sein. Weil wenn jeder da mitlaufen kann, mit jeder Herzkrankheit, was ja geil war, dann muss das irgendwie halbwegs sicher sein. Dann kommt ja der Veranstalter dann teufelsküsse rechtlich. Dachte ich mir und dann haben wir das alles so gemacht und es war schon ganz schön übel, aber es war alles irgendwie machbar und man kann ja immer aussteigen. Und zum Schluss hing dann so vor dem Ziel so Kabel runter und man wusste, wenn man da durchläuft, kriegt man Schocks. Und ich hatte das, ich dachte, ach, gleiche Argumentation. Das kann ja nicht so schlimm sein. Der Nass war schön nass von dem ganzen Schweiß. Ja klar, du warst glitschnass, du warst vorher so ein bisschen eine Schlammbarte gerobbt, du saßt da wirklich ausglitschnass. Und wir sind dann da oberkörperfrei, sind durchgerannt und ich habe das nicht ernst genommen. Und ich weiß noch, ich habe einen Schlag anbekommen, das war es wie, jetzt hätte mir jemand mit einer massiven Faust auf die Brust gehämmert. Und mein Kumpel, der hatte ja auch schon mal eine Folge mitgesprochen, der hat drei Schläge abbekommen, der hat es voll umgehauen. Der lag dann da erstmal. Also das Selbstwahrnehmung ist, ich wüsste auch, wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich da nicht nochmal durchrennen. Also ich fand das auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, und ich weiß, von wem du redest und das ist eigentlich auch schon ein CA-Hund. Also genau, der fällt halt nicht, ja, also das ist wirklich, man ist jetzt auch wieder vier Jahre her, ich hoffe, meine Veränderungen trüben, ich bin hier selber. Ich fand das damals sehr unangenehm und auch nicht, so mit Stromschlägen darf man nicht spielen, mit Herzrhythmus und allen. Deswegen würde ich mich definitiv nicht an dieses Gerät hängen, was du hier gerade vorstellst. Wie heißt denn das nochmal? Ich muss auch sagen, dass bei der Physiotherapie da, ich weiß nicht, wie das geil ist, Reizstrom, glaube ich. Nee, ich meine deins, von vor 100 Jahren. Achso, erzähl ich gleich. Also das Ding, das hat auch wehgetan. Das möchte ich jetzt auch nicht nochmal machen müssen. Also Hörer haltet euch von Geräten weg, die euch Stromschläge geben. Genau, und das Ding hier aus der Zeitung von vor 100 Jahren heißt der Wohlmutsche Elektro-Galvanische Apparat, Marke GW Co. Ja, also auch so viel zur Werbung von vor 100 Jahren. Ansonsten, das, worüber wir auch immer wieder gesprochen haben, findet sich auch immer noch in der Zeit von vor 100 Jahren. Es gibt den Stein der Weisen, das ist das Original aller Nagelpoliersteine für drei Mark pro Stück. Tja, wenn Harry Potter das gewusst hätte. Ja, einfach, muss man sich mal vorstellen, dass Harry Potter und Voldemort eigentlich um einen Nagelpolierstein gekämpft haben. Finde ich gut. Ich finde den super, ich finde den großartig. Sendungstitel? Stein der Weisen oder? Stein der Weisen, Nagelpolierstein. Harry Potter und der Nagelpolierstein. Nagelpolierstein, der Stein der Weise. Können wir uns mehr. Oder der Weisenagelpolierstein. Ja, können wir da nochmal drüber reden. Ja, gerne. Okay, ja, soviel zur Werbung von vor 100 Jahren. Was haben wir noch für Ereignisse? Frauen, weibliche Abgeordnete im britischen Unterhaus. Ja, und zwar im November 1919 wurde die erste weibliche Abgeordnete, also die erste weibliche Abgeordnete wurde ins britische Unterhaus gewählt und dabei handelte es sich um Nancy Richard Astor. Witcher, Harry Potter grüßt. Ja, also es ist Harry Potter heutzutage nur noch. Und die Person fand ich sehr interessant. Also Witcher heißt sie im Mittelnamen wie die Netflix-Serie, die gerade erfolgreich ist. Die kenne ich nicht, aber ich habe von ihr gehört, aber ich habe sie nicht gesehen. Kommen wir zurück zu Nancy Astor. Witcher. Witcher Astor. Nancy Witcher Astor. Kommt dir beim Namen Astor irgendwas bekannt vor? Ja, ein Hotel heißt auch so, eine Kette. Genau, und die war auch tatsächlich verlobt und verheiratet mit dem Briten Waldorf Astor. Also wenn man Brite ist und Waldorf Astor heißt, das ist ja, also mehr, es geht ja nicht britischer. Ja, Waldorf Astor, mit dem hatte sie auch einige Kinder und der zog ins britische Haus of Lords ein und musste seinen Sitz abgeben. Und für die Nachwahl wurde dann die Frau, seine Frau Nancy als Kandidatin aufgestellt. Und sie wurde tatsächlich dann auch gewählt am 15. November 1919. Und wenn ich dir jetzt sage, Luis. Dass sein Name toll ist und einen Raum betritt und sagt, mein Name ist Nancy Witcher Astor. Mein Mann ist Waldorf Astor. Für sie aber Nancy finde ich das immer noch sehr lustig. Das wollte ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht die erste Frau im Unterhaus. Da fällt dir jetzt der Kneifer vom Nasenrücken. Ja. Tatsächlich gibt es eine Frau, die vor ihr schon gewählt war. Kann ich sehen, mein Kneifer ist weg. Ja, ist auf deinem Nasenrücken. Vorher gab es schon eine andere Frau, die im Unterhaus war, nämlich die Constance Georgine Markiewicz. Countess Markiewicz. Sagt die dir was? Nö. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum wird denn die Nancy Witcher Astor als erste Frau im Unterhaus beziffert, wenn doch eigentlich die Constance Georgine Markiewicz die erste ist? Das muss ja dann irgendwie peinlich gewesen sein, weil die klingt ja sehr, sehr britisch und heißt Witcher. Ja. Und das ist ja sowieso schon mal, sie hat ja einfach den besseren Namen. Nee, tatsächlich ist die Constance Georgine Markiewicz Anhängerin der irischen Partei Sinfame. Ach, das erklärt alles. Gefährliches Halbwissen vom Brexit, dies ist immer noch so, dass irgendwelche irischen Abgeordnete ihren Sitz nicht antreten im Unterhaus. Ich glaube, das ist heute immer noch so jetzt. Aber falls das falsch ist, bitte schreibt ein Steffen etwa 100.de. Ach so. Ich habe das aber nicht aufgestellt. Ich kann es aber auch nicht widerlegen. Es kann sein. Aber damals war es so tatsächlich, dass sie, dass sie den, also das nicht antrat, das Amt. Und das lag unter anderem mit den Osteraufständen, über die wir berichtet hatten. Und natürlich kann man jetzt eine weibliche Abgeordnete, die den Sitz nicht antreten, nicht als erste Abgeordnete feiern. Und vor allen Dingen, wenn es auch noch, wenn es auch noch aus Irrlein kommt. Also das geht ja aber gar nicht. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Da war ja Miss Witcher Waldorf, eigentlich nennt sie für ihre Freunde, viel, viel besser. Aber es ist Witcher Astor und der Mann heißt Waldorf Astor. Genau. Und ich möchte noch kurz was über die Markiewicz erzählen. Die hat am Osteraufstand von 1916 mitteilgenommen. Wegen auch die Deutschen supportet haben. Genau. Und der war sehr blutig. Viele wurden festgenommen, viele Iren auch, auf der irischen Seite, von der britischen Regierung und zu Tode verurteilt. Und sie auch. Und jetzt muss ich dir aber sagen, dass die Todesstrafe bei ihr nicht ausgeübt wurde. Müsste sie nach Azkaban? Nein, das nicht. Sie ist auch nicht aus Azkaban ausgebrochen. Sie hat die Strafe, die Strafe wurde umgewandelt in lebenslange Haft und irgendwann gab es eine Generalamnestie 1917. Und das Interessante, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass viele Frauen zu Tode verurteilt wurden bei den Osteraufständen. Das ist aber bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern nicht ausgeübt wurde. Interessant. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich jetzt erst vorhin gelernt. Und so kam sie also der Todesstrafe und konnte dann auch später ins Unterhaus gewählt werden. Und ja, ist dann aber nicht, hat das, ist das aber nicht angetreten. Von ihr gibt es allerdings nur diese Zeichnung hier. Und es gibt eine, eine Statue in Dublin von Lisa Markiewicz. Die ist jetzt nämlich eine, zu ihrer Zeit eine irische Heldin geworden nach der Freilassung, nach der Generalamnestie. Und das haben sich die Briten, glaube ich, anders vorgestellt. So jemanden kann man natürlich jetzt nicht als erste weibliche Abgeordnete im Unterhaus irgendwie. Ja, aber die Nancy Richard Astro, da können wir mal auf Wikipedia verlinken, die hat auch einige Porträts. Die sind sehr britisch und ich finde, sie macht da auch einen sehr wohlständigen Eindruck. Ja, also wenn ich jemanden als Richard Astro bezeichnen würde, dann diese Frau auf dem Porträt. So einen kleinen Absprung mal. Apropos Adelige, die hatten es in Deutschland nicht so schwer, so leicht, weil das Deutsche Reich, das war ja nicht nur Preußen, sondern das war ja unter der Führung des Preußischen Königs haben sich die deutschen Fürsten zusammengeschlossen und das Deutsche Reich gegründet, 1871 in Versailles und das Deutsche Reich gegründet. Und diese Fürsten blieben im Amt. Es gab ja einen König in Bayern und einen Haufen Herzöge. Und ja, ich glaube, der bayerische König ist immer noch sehr aktuell. Ja, jedenfalls. Wir hatten eine Revolution in Deutschland, die November-Revolution. Und diese Fürsten, die waren ja immer noch im Amt und Würden, hatten Schlösser und waren die, die auf jeden Fall die obersten Vertreter ihres Gebietes, auch im Deutschen Reich noch. Und die wurden jetzt politisch entmachtet. Und in der Zeit von vor 100 Jahren findet für jedes kleine Fläckchen, auch größere Fläckchen, Verhandlungen statt, weil die Fürsten werden, und das können wir schon mal sagen, großzügig entlohnt. Es gab zum Beispiel zwei Fürsten in Mecklenburg, es gab ein größeres Mecklenburg und ein kleineres Mecklenburg. Und jedes einzelne Fürstium hatte auch einen Landtag, wo dann die Vertretung der Bürger war. Und jetzt als Beispiel haben wir den hochwichtigen lippischen Landtag in Detmold. Und der hat einen Vergleich mit den ehemaligen Fürsten geschlossen. Und dieser bekommt das Residenzschloss Detmold, ein eigenes Jagdschloss, nämlich Lobshorn, ein Gestüt. Und Teile des Jagdbezirks Lobhorn, die Oberfürsterei Berlebeck, an Grundbesitz ungefähr 3.527 Hektar, was jetzt auch nicht so wenig ist. Und 1.000.000 Mark im Bar, wobei wir aber wissen, dass durch 50 sind 100 mal 10.000. Also es sind 1.020.000 Dollar, pum, das passt auch. 2.000.000 Dollar bei einer Million, das heißt, der hat diese 3.500 Hektar, zwei Schlösser, eine Fürsterei und zusätzlich noch Fonds bekommen. Und so sieht es überall aus, heißt materiell sind die ehemaligen Fürstenfamilien reitlich entlohnt worden, die sind politisch bedeutungslos. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ich würde aber meinen, wenn du so viel Grundbesitz hast und auch noch Fonds und Bargeld, dann hast du wahrscheinlich immer noch deutlich gut mitzureden. Ja. Trotzdem ein Bedeutungsverlust. Ja, das stimmt. Ich finde es trotzdem interessant, wie viel man da so noch bekommt, ja. Dann, Steffen, hast du eine Meldung rausgesucht und zwar, was, wie viele, ich bin zur Grundschule gegangen, meine Grundschule in Berlin, die gibt es glaube ich nicht mehr, war die Tonvaterjahrengrundschule. Ah, das sagt mir was, das war doch, ich will jetzt mal ein halbwissentlich Preis geben. Aber das, was ich gerne Preis geben möchte, ist, dass es eine statistische Erhebung gab und es gab, es wurden Tonvereine gezählt, insgesamt 10.010 Tonvereine mit 1.8.375 Mitgliedern über 14 Jahre alt. Das sind im Schnitt 100 Mitglieder pro Tonverein. Ja, das kann sein, das rechne ich jetzt nicht aus, aber ich finde, das ist eine enorme Summe und das spricht ja auch so ein bisschen für dieses, es gibt ja mal dieses Klischee, dass die Deutschen ihre Tonvereine liebten und 10.010 Tonvereine im Deutschen Reich ist schon mal eine Hausmarke, finde ich. Ja, absolut. Vor 100 Jahren, da wurde geturnt. Das mal so nur als Zahl in den Raum geworfen. Und diesem Menschen habe ich zu verdanken, dass ich im Schulsport so viel Ton hatte. Ich habe es gehasst. Ach, du musstest so viel turnen? Ja, ich habe es furchtbar, ich fand es so furchtbar. Reden wir von Grundschule? Grundschule. Grundschule. Ne, da musste ich nicht turnen. Da haben wir immer Strafball gespielt und Völkerball oder Strohpuppe. Du warst nicht auf der Tonvater-Jahren-Grundschule? Nein, ich war auf der Selma-Lagerlöw-Grundschule. Ich habe sowas verstanden. Ich habe sehr viel Nils Holgersson-Geschichten gelesen und auch geguckt. Bei all diesen Übungen, wo man gut aussehen musste und nicht irgendwie schnell rennen musste oder so, war ich kacke. Gut. Völkerbund hat nichts mit Ton zu tun, ist aber eine Idee vor allen Dingen von Oslo und Amerikanern, von Mottowilzen vorgetragen, die Idee langfristig einen Frieden sicherzustellen. Auch ein zentrales Element des Versailler Vertrags mit der Grundidee, wie können wir langfristig eine Friedensordnung auf der Welt erzielen oder in Europa. Und dafür gibt es den Völkerbund, der statt Kriege, Konflikte zwischen Staaten lösen soll. Ich kann mich auch noch an das Deutsche Reich erinnern, 1918, als sie so über Frieden gesprochen haben, dass sie das eventuell doch möchten, dass dieses Völkerbund-Argument eine zentrale Rolle spielte. Ja, ja, schlagartig war dann die Idee mit so einem Völkerbund und man behandelt die Leute, die den Krieg verlieren, fair. Also hat man ja selber nicht gemacht mit Russland im Frieden von Brastitov 1917, aber dann 1918 war das dann eine ganz, ganz gute Idee. So ungefähr so war das. Ja, so muss man sich das vorstellen. Hätte ich auch gemacht an deren Stelle. Und das hat ja Uto Wilson vorgeschlagen. Und was passiert jetzt? Und zwar, das ist, finde ich, muss man sich vor Augen halten, jetzt treten eigentlich die meisten Länder grob vereinfacht gesagt diesen Völkerbund bei, der auch in der Schweiz lokalisiert ist. Wer fehlt? Das sind natürlich, also das heißt natürlich, aber doch irgendwie nachvollziehbar die Kriegsverlierer, die sind noch nicht Mitglied, was aber eigentlich auch einen Fehler darstellt. Und die USA. Wer hätte das gedacht? Also diejenigen, die das vorschlagen, fehlen. Ja, es ist ja auch dann, die USA ist ja auch so ein ganz kleines Land und wenn denn jetzt die USA nicht Mitglied vom Völkerbund sind, das hat natürlich überhaupt keine Auswirkung auf deren Machtposition und auf deren Wichtigkeit, wenn die USA fehlen. So ein kleines, unbedeutendes Land. Ja, es gab halt, also Uto Wilson, der wollte den. Es gab aber, der hat natürlich in der Demokratie gewisse Abhängigkeiten und ist nicht. Ja, da spricht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war aber auch die Bevölkerung im Land, also in den USA, gegen den Beitritt, weil sie die Art und Weise des Versailler Vertrags, sie waren damit unzufrieden. Genau, aber was ist denn eines der Grundprinzipien des Völkerbundes? Das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und da hatte ich mir gedacht, dass wir nochmal durchgehen. Und zwar mit deutschsprachigen Gebieten wurde ja im Versailler Vertrag beschlossen, dass Abstimmungen durchgeführt werden oder auch nicht. Und dann nach Ergebnis der Abstimmungen bleiben diese Gebiete in Deutschland oder gehen über zum Beispiel am Polen. Genau. Und dann gab es aber auch Gebiete, wo nicht abgestimmt wurde, wie Esers-Lothring und dieser Versailler Vertrag wird ja auch als Ursache in den Zweiten Weltkrieg herangezogen und gerade aus rechten Kreisen wird es auch sehr, sehr politisiert, das Ergebnis. Und da finde ich mal interessant, dass wir mal die Gebiete, über die abgestimmt wurde, mal durchgingen, das Abstimmungsergebnis und was dann passiert ist, dass man einfach mal Fakten hat. Also ich fand das interessant, weil mein Bauchgefühl hat sich nicht überdeckt mit dem, was damals passiert ist. Wie meinst du das, dein Bauchgefühl? Ich hätte wirklich gedacht, dass die Ergebnisse wesentlich schlechter umgesetzt wurden, als das passiert ist. Ich hatte mal gedacht, dass das ziemlich unfair wäre, also dass sozusagen auch den Willen, gerade wenn es darum ging, ob man in Deutschland bleiben will, nicht sehr viel Rücksicht genommen wurde. Das war wirklich mein Bauchgefühl. Da hat irgendwie eine gewisse Form von Propaganda bei mir funktioniert. Ja, okay, interessant. Na dann, sag doch mal vor, ich sehe gerade, Schleswig ist bei dir aufgeschlagen. Genau, es gab mehrere Gebiete, in denen abgestimmt wurde, Schleswig, Oberschlesien, Ost- und Westpreußen, Saargebiet und dann Abtretungen ohne Abstimmung, Westpreußen, Posen, was in Belgien, Elsass-Lothringen und dann noch Deutsch-Österreich. Wir gehen mal durch, wo abgestimmt wurde, es war einmal Schleswig, das ist sozusagen Schleswig-Holstein, der nördliche Teil von Schleswig-Holstein. Im Norden so, ja. Und da gab es zwei Zonen, einmal Nordschleswig, das kam zu deutschen Reichen nach dem Krieg unter Bismarck gegen Dänemark, da stimmten 75% der Bevölkerung für Dänemark und 25% gegen Deutschland, also ging es an Dänemark. Finde ich jetzt aber nicht komplett unfair, ist okay. Ja, ist eine erhebliche Mehrheit, finde ich. Genau. Und für Mittelschleswig, das was immer noch heute auch noch zu Deutschland gehört, waren 80% für Deutschland und das blieb im deutschen Reich, obwohl es da auch eine dänische Minderheit gibt. Auch noch heute, ich war mal an der Grenze im Urlaub, die reden noch dänisch, obwohl es Deutsche sind. Aber das blieb in Deutschland. Ja, interessant. Klingt also jetzt so vom rein den nackten Zahlen her sehr transparent und eigentlich im Verhältnis dafür, was man hätte machen können, sehr fair. Du meinst mit hätte machen können, dass man das gesamte Schleswig an Dänemark gibt? Ja. Deutschen haben ja auch das offensichtlich ein Teil von Schleswig damals genommen, wo die Mehrheit Dänen waren. Ja, das stimmt. So, Oberschlesien, das ist Grenzgebiet zu Tschechien. Das ist quasi das Länderdreieck Polen, Tschechien, Slowakei heute. Ich weiß nicht, ob man das gut begreiflich machen kann, aber da ungefähr ist Oberschlesien. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt, mein Name ist sehr polnisch und der kommt aus dieser Region. Genau, Steffen hat einen Namen, der sehr polnisch klingt, den wir jetzt nicht sagen. Genau. Und jedenfalls, da gab es eine Abstimmung für das ganze Gebiet. 40 Prozent Polen, 60 Prozent Deutsche, um es mal grob zu sagen. Und für den Fall sah der Versailler Vertrag eine Aufteilung des Gebiets vor und es wurde auch gemacht. Ich finde, auf 40 bis zu 60, das ist jetzt nicht so klar wie da in Nordschlesien. Genau. Und da gab es natürlich erhebliche Konsequenzen, aber das klingt jetzt auch nicht so komplett unfair. Also das dann aufzuteilen, kommt natürlich wieder in Italien, die man es aufteilt nimmt. Es gibt ja solche und solche Aufteilungen. Aber da, das ist eigentlich schon... Es klingt nachvollziehbar. Irgendwie nachvollziehbar, genau. Dann natürlich Ost- und Westpreußen. Es wurde einmal abgestimmt in Gebieten Ostpreußen und die gingen alle über 90 Prozent für Deutschland. Weil es gab zum Beispiel damals noch eine eigene Sprache, nämlich die Masuren und das sind alles Sachen, die Kulturen, die sind leider untergegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die wollten alle deutsch bleiben und blieben auch deutsch. Da wurde Rücksicht genommen auf das Ergebnis. Das heißt, der hat den Krieg verloren, hat sogar Recht bekommen. Und dann gab es das Saargebiet, hier wurde nicht abgestimmt. Das ging an Frankreich. Das war damals industriell sehr, sehr wertvoll. Da gab es aber, da wurde die Abstimmung nachgeholt und zwar 1935 und die ging positiv aus. Für das Deutsche Reich, meinst du? Ja, und dann ging es auch zurück. Dann gab es Gebietsabtretungen ohne Abstimmung. Einmal Westpreußen, das ist sozusagen zwischen Pommern und Ostpreußen. Jetzt wüsste ich nicht, ob das Leuten was sagt. Jedenfalls ist es an der polnischen Ostseeküste das Gebiet um Danzig. Danzig, da wo Danzig ist und ins Land rein. Und da war sozusagen die Mehrheit Polen. Gab es natürlich eine deutsche Minderheit, da die Mehrheit war in Polen. Das ging an Polen. Danzig selber war deutsch und das blieb als unabhängige Stadt. Als wurde sozusagen direkt vom Völkerbund verweitet und wurde unabhängig. Wurde aber aus Deutschland rausgelöst. Spielt dann auch nochmal später in den 30er Jahren eine wichtige Rolle? Genau. Und dann Posen wurde abgetreten. Das ist halt so ein mittelpolnisches Gebiet. Da gab es doch sehr, sehr viele Deutsche. Und zwar 38,5 Prozent Deutsche. Also da waren 60, 40 Verhältnisse. Das ging ohne Abstimmung an Polen. Da hätte man wenigstens abstimmen sollen aus meiner Sicht. Dann gab es noch Gebiete in Belgien. Das waren kleinere Dörfer, 10.000 Einwohner. Die gingen an Belgien ohne Abstimmung. Das gab aber eine umstrittene Umfrage, wo angeblich die Belgier bevorzugt wurden. Aber ich war da auch mal. Ich bin auch da mal gewandert zu Fuß. Und die Deutschen, die haben einen sehr starken Schutz in Belgien. Die gibt es da immer noch. Interessant. Auch ein anderes Thema, aber jetzt passt hier nicht rein. Und Elsass-Luthring wurde ohne Abstimmung abgetreten, weil … Ja, zentrale Klausel der Franzosen. Richtig. Wobei meine Quellen sagen, die Mehrheit der dortigen Bevölkerung fand sich aber sehr an Frankreich verbunden. Also, genau. Und was ich auch spannend fand, ist, dass das Deutsch-Österreich, also der deutschsprachige Teil Österreich-Ungarns, der wollte unbedingt zum Deutschen Reich beitreten. Also sie haben sich als Bestandteil der Deutschen Republik gesehen. Und zwar noch vor die Republik in Deutschland ausgerufen wurde. Also noch bevor der, am Reichstag der Ausruf kam, hat Österreich gesagt, wir sind Teil der Deutschen Republik. Und die Alliierten haben aber eine Vereinigung untersagt. Das wollten sie halt verhindern, damit halt dieses Deutschland nicht zu mächtig ist. Genau. Ja, diese große Eins, dass das Deutsche Reich zu groß wird. Ja. Wurde ja nach dem Zweiten wirklich auch nochmal klargestellt, dass es gut ist, wenn die Länder sich nicht vereinigen. Ja. Wo du so gerade über Gebiete sprichst und so weiter. Ich habe hier auch noch eine Meldung. Ich hoffe, den konnte man jetzt auch so halbwegs folgen. Ich weiß nicht. Also es ist natürlich jetzt ohne Karte das alles so, diese Gebiete. Ja. Ich denke, dass sich unsere Zeitreisende, also die sind fähig. Nullfalls machen man sich nochmal so eine, es gibt ja immer beim Seilvertrag dann so Überblickskarten, wo man sieht, welche Gebiete verloren gehen. Und da kann man das dann halt gucken. Aber also da ist dann sozusagen auch dieser rechte Dogma, dass das so ein Gewaltfriede ist. Ich finde so mit den Reparationen und dieser wirtschaftlichen Gängelung, das sind Aspekte, wo das vielleicht eher zutrifft als bei den Gebietsabtretungen. Weil wurde schon viel abgestimmt und auf die Abstimmungen auch Rücksicht genommen. Und die Gebiete, die abgedreht wurden, waren jetzt nicht Gebiete, wo 90 Prozent Deutsche wohnen, wo es auf jeden Fall kritisch, also mindestens streitbar war, wer jetzt da war, wo wohnt. Ja, finde ich nochmal eine gute Sache, dass du das erwähnst. Wir haben zu dem Thema auch Anfang Dezember 1919 eine Abstimmung oder eine Festlegung von dem obersten Rat der Alliierten, die Tagen in Paris, und haben die sogenannte Kursen-Linie festgelegt. Kursen ist ein britischer Politiker und die legt fest die Ostgrenze von Polen. Und die habe ich vor allem auch rausgesucht, weil sie auch bis Pschimüschel geht, diese Linie. Wir erinnern uns ja, Pschimüschel haben wir, ich glaube, in der zweiten und ersten Staffel von Verhundert sehr, sehr oft erwähnt. Das war ein stark umkämpfter Ort an der Ostfront. Und das fand ich erst interessant, dann habe ich mich nochmal genauer mit dieser Linie beschäftigt und fand auch die Geschichte der Linie sehr interessant. Wir verlinken mal so einen Wikipedia-Artikel, da sieht man auch den Verlauf dieser Grenze. Und diese Linie, die wurde auch berücksichtigt dann im Zweiten Weltkrieg. Negativ im Hitler-Stalin-Pakt. Genau. Die haben sich da anhand dieser Linie in Folien aufgeteilt. Und zwar war das so, dass ursprünglich diese Linie festgelegt wurde und Polen im Nachhinein hat noch andere Gebiete weiter östlich zugesprochen bekommen. Und dieser Hitler-Stalin-Pakt hat sich dann an dieser ursprünglichen Linie orientiert. Also wenn man sich mal fragt, warum eigentlich jetzt, also wie jetzt Hitler und Stalin dieses, also wie Hitler und Stalin die Linie gezogen haben, für was ging an das Deutsche Reich und was ging an die EU, die SSR. Diese Cursion-Linie spielte da eine entscheidende Rolle. Und da finde ich mal ganz interessant, das werden wir mal verlinken, dass man sich die Karte anschauen kann, die ursprüngliche Linie und dann, was ging bis 1922 noch an Polen über und dass das tatsächlich eine Rolle spielte, fand ich höchst interessant. Und da kam ja auch nochmal der Gedanke, wir haben ja über das Seis-Brigot-Abkommen gesprochen und das regelte ja die Gebietszusprüche im Nahen Osten. Und da letztendlich wurden ja mit dem Lineal Grenzen durchgezogen. Was geht jetzt an Frankreich, was an Großbritannien. Und das, was du jetzt erzählt hast und auch das hier mit der Cursion-Linie, das sind mal andere Ansätze. Da wird nämlich nicht mit einem Lineal was durchgezogen, sondern auch diese Cursion-Linie hatte versucht zu berücksichtigen, welche Muttersprachmehrheit zu welchem Gebiet eher zuzuordnen sind. Also, dass man tatsächlich eher polnisch sprechende Bewohner auf der Westseite der Cursion-Linie hat und ja, welche, die eher so weißrussisch-ukrainisch sind, eher auf der Westseite, der Ostseite der Linie hat. Ja, also es hat die heutige Ostgrenze Polens, auch die heutige Ostgrenze der Europäischen Union. Ich bin letzten Sommer mit meiner jetzigen Frau vom Zug da durchgefahren. Wir sind aus China nach Berlin mit dem Zug gefahren, war eine etwas längere Zugfahrt, dauert nur neun Tage, wenn man am Stück fährt. Und da ist ja alles dazwischen. Unter anderem muss man dann auch mit einem Zug aus Russland an dieser Cursion, die wir sprechen, die Europäische Union betreten. Das ist erstmal eine sauüble Grenzkontrolle, so mit so Taschenlampe, alles ausleuchten und Hunden weiß ja gar ja was. Also, das ist eine gute Grenze, die gewahrt wird. Und alles wird nochmal umgespurt, weil die ja Russen und die Deutschen andere Umspurungen haben. Genau, und das ist diese Grenze. Und da ist dann Frontex und... Ja, und wie gesagt, also ich finde das interessant, dass es so zwei unterschiedliche Herangehensweisen gab, die Gebiete aufzuteilen. Das eine war das Lineal, aber dann hat man trotzdem versucht, über Abstimmungen und über Berücksichtigung der Muttersprachmehrheiten diese Grenzen festzulegen. Ja, ich sag mal so, da wo damals mit dem Lineal durchgezogen wurde, haben wir immer noch starke Konflikte. Da wo ein bisschen probiert wurde, auf die Mehrheiten zu achten, ist es einigermaßen ruhiger, wobei das hängt auch mit den Regionen natürlich an. Aber hier muss man schon vorsichtig sein, also bei dieser Kürstenlinie ist es ja so, dass Millionen von Polen noch östlich davon gelebt haben. Ja. Und die wurden ja dann mit Gewalt umgesiedelt am Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Ja. Und in die deutschsprachigen Ostgebiete eingesiedelt wurden, wo die Deutschen zwangsweise umgesiedelt wurden. Und diese Grenze wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Mitsprache Polen zwischen den Alliierten festgelegt. Ja. Es ist ein sehr, sehr eigenes Thema. Also man kann sagen, dass der akademische Ansatz, diese Grenze festzulegen, damals war es schon besser als im Cycbq-Abkommen, wo nach außen aufgeteilt wurde. Trotzdem sind natürlich viele schlimme Dinge an dieser Grenze passiert. Ich meine jetzt im Allgemeinen mit denen auch dort, wo abgestimmt wurde, also die Gebiete, dass das auch eher so ein bisschen ruhiger war. Im Vergleich zu den Gebieten, wo mit dem Lineal durchgezogen wurde. Ja. Aber da gibt es noch ganz andere Konflikte. Wollen wir das jetzt nicht zu weit vertiefen, weil man sich da nur um Kopf und Kragen reden kann. Ja, das sind halt sehr, sehr heikle Themen. Und wahrscheinlich wird man, wenn man das in den Gebieten gerade mit älteren Bewohnern dieser Gebiete bespricht, wird man wahrscheinlich zu Recht mit Bananen beworfen. Nicht nur damit. Ja, jedenfalls kann man aber zusammenfassen, dass das auch nicht so ein kompletter Blödsinn alles war, wie die versucht haben, ihre Grenzen zu regeln, sondern oft überraschend gute Ideen waren. Und das halt, wenn jemand jetzt sagt, dass diese ganzen Gebietsabtretungen, dieses Diktat von Versailles, dass man da trotzdem schon gucken muss, dass im Detail das auch eine gute Idee ist. Also mir ist auch schwerfällt, eine bessere Lösung zu finden, muss ich ehrlich sagen. Was spricht denen dagegen? Ostpreußen eine Abstimmung zu machen. Und haben die halt festgestellt, die Leute wollen in Deutschland bleiben, dann haben die das halt gemacht. So, das ist ja erstmal grundsätzlich völlig legitim. Ja, das sind dann wieder diese Leute, die im Partout dagegen waren, dass das damalige Deutsche Reich Gebiete abgeben musste. Ja, kommen wir noch auf eine andere Meldung, die damit zusammenhängt, nämlich auf den 10.01.1920. Das war vor 100 Jahren ein Samstag. Und da tritt um 4.15 Uhr der Friedensvertrag von Versailles in Kraft in Danzig. Du hast es vorhin erwähnt. Und das ist ein historisches Datum vor 100 Jahren. Genau. Saargebiet ist im Völkerbund. Danzig ist unabhängig. Das Rheinland ist besetzt und wird von der Interalliierten Hohen Kommission verwaltet. Ja. Und ich würde sagen, Luis, lass uns zu der letzten Meldung kommen für heute. Die fandest du noch recht interessant. Ja. Und zwar, wir hatten von der tschechischen Legion erzählt, da ja das Tschechen war Teil Österreichs Ungarn. Die fanden das doof und wollten ein eigenes Land. Und dann haben die Tschechen sozusagen für die Russen gekämpft, in der Hoffnung, ihren eigenen Staat zu bekommen gegen die Mittelmächte. Und es waren irgendwann so viele Tschechen, dass es eine eigene Legion in der damals zaristischen Armee gab. Wichtig. Ja. Dann gab es die Revolution. Und die Tschechen wollten aber nicht für die, also nicht alle Tschechen, ein großer Teil dieser Tschechen wollten nicht für die Sowjetrussland kämpfen. Jetzt mussten die aber, die wollten halt gegen die Mittelmächte kämpfen, weil die Sowjetrussen hatten ja einen Frieden mit den Mittelmächten geschlossen. Die wollten ja gegen Österreich-Ungarn kämpfen für ihren Staat. Und jetzt mussten diese Tschechen irgendwie an die Westfront oder generell zu den Alliierten kommen. Und das ging dann nur noch über den Ostweg der Transsibirischen Eisenbahn. Nun war ja gleichzeitig der Bürgerkrieg. Und diese mehrere Zehntausend bewaffneten Tschechen wurden dann in Tausend-Mann-Kontingenz ganz, ganz vereinfacht, gefährlich vereinfacht gesagt, sozusagen mit der Transsib transportiert. Unterwegs gab es dann natürlich Probleme, weil es war Bürgerkrieg. Und irgendwann haben diese bewaffneten Soldaten angefangen, Teile der Transsibirischen Eisenbahn zu besetzen. Die hatten auch irgendwann den Zarenschatz in der Hand. Genau, da erinnere ich mich noch. Das Zarengold. Ja, ich hatte das auch gelesen, als ich damals in die Eisenbahn gefahren bin dazu. Und das hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis die endlich in Tschechien ankamen. Und diese Legion, das sind mehrere Zehntausende Leute, die haben auch dann den Grundstock der Armee gebildet für Tschechien. Und jetzt gab es dann eine Nationalversammlung in Prag, weil die haben jetzt ihren eigenen Staat und die Tschechoslowakei, das war damals auch Tschechoslowakei, nicht Tschechien, Tschechoslowakei. Und die Regierung denkt nicht daran, dass, die sind ja immer noch in Sibirien, die kommen einfach nicht nach Hause, das ist so schwierig nach Hause zu kriegen. Denkt nicht daran, die noch in Sibirien befindlichen 50.000 tschechoslowakische Legionäre gegen Sowjetrussland kämpfen zu lassen. Nein, die wollen diese unbedingt so schnell wie möglich über Vladivostok nach Hause, weil man muss sehen, in Russland ist jetzt ein schwerer Bürgerkrieg. Es sind britische, französische Truppen, in Russland im Einsatz weißrussische Truppen und eben auch noch mitten in Sibirien diese gestrandelten Legionäre, die alle da Krieg führen, der auch furchtbar ist und Millionen von Todesopfern kosten. Und die Tschechoslowakei wollen ihre Soldaten halt nach Hause haben. Dann würde ich sagen, die alte Eude wartet. Harry Graf Kessler. Die alte Eude, Harry Graf Kessler, den gibt es immer noch. Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gibt es den immer noch. Ich erinnere mich an seine letzten Aktionen. Da hat er probiert, die Polen auf die Seite Deutschlands zu ziehen, indem er da den Obermufti aus dem Gefängnis geleitet hat. Genau. Das war auch sehr, sehr wichtig. Er war dann auch der zentrale Ansprechpartner in Polen für das Deutsche Reich. Kurzfristig war er mit der damaligen neuen Regierung, die direkt gebildet wurde, sehr, sehr befreundet. Man hat halt gehofft, dass er sozusagen freundlichst vermitteln kann zu der Zeit. Er hat viele, viele, viele andere Sachen getan. Er hat fleißig aufgezeichnet. Ich möchte aber ausdrücklich nur auf die letzten zwei Monate zur letzten Folge eingehen, auf sein Leben. Weil ich finde es eigentlich mal ganz spannend, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren, auf diesen Ausschnitt. Wir sind ja auch ein tagesaktueller Podcast vor 100 Jahren. Was er gemacht hat, er war, das sind zwar in zwei Monaten seines Lebens, er war dem Dezember über in Berlin, hat auf Weihnachten gefeuert, hat aber über die Feiertage keinerlei Einträge verführt, weil private Sachen sind bei ihm ja immer abwesend. Ja, dafür hat er wahrscheinlich sein anderes Tagebuch, was ihn emotional beschäftigt oder so. Das ist ja doch, genau, das sind ja gedacht für seine Memorien, sehr, sehr politische Schriften. Und wir haben ja auch festgestellt, dass wenn er dann mal gedanklich, philosophisch abschweift, dass es dann eher langweilig ist. Was ich sehr interessant finde, ist sein Eintrag vom 10. Januar 1920. Klingt sehr glorreich. Und man merkt, die Glaskugel ist gut geölt bei ihm. Ja, es geht wieder los, es kesselt wieder. Der Kessler. Genau, also er sagt halt, der Nationalismus wird wieder zunehmen und was ich interessant finde, eine noch furchtbarere Explosion als der Weltkrieg. Hier wird hier rauskommen. Ich meine... Das schreibt er hier. Er sagt es halt. Es ist natürlich diese Aussage, wenn man jetzt gerade so einen Krieg hat, dass irgendwann mal ein schlimmerer Krieg kommt als der, als akademischer Satz. Aber... Also da kann man auch sehr viel reininterpretieren. Das ist trotzdem noch recht schwammig formuliert. Wir mit unserem Wissen von heute gehen da sofort auf den Zweiten Weltkrieg ein. Aber ich kenne keinen, der solche Sätze im 1920 so geschrieben hat. Ja. Also ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, du auch nicht. Nee, ich habe es von der Zeitmaschine. Ich habe es aber nicht gemacht. Ja, also von daher ist das schon ziemlich gut. Deswegen lesen wir ihn ja auch. Das finde ich immer einfach toll, wie er das so sieht. Dann hat er an diesem gleichen Tag, das einen Donnerabend in Berlin, mit einem Professor Sorolier oder Serolea aus Edinburgh gefrühstückt. Und das war interessant, weil er meinte, auch in England koste das Leben heute das Dreifache, während durch Steuern die Hälfte des Einkommens fortgenommen werde. So habe er, Serolea, nochmal einen Professor, also der ist sicherlich nicht arm, 3000 Pfund Einkommen, zahle 1500 Pfund Steuern und könne sich für die ihm verbliebenen 1500 Pfund nur so viel kaufen und sich leisten, wie vor dem Kriege, für 500. sodass er tatsächlich das 3000 Pfund vor dem Kriege nur noch 500 Pfund habe. Ja, das ist nicht nur in Deutschland passiert, dass es eine Währungsentwertung gab, auch die Briten hatten da Probleme. Der Dollar war einfach im Kommen. Dann ist er... Entschuldige, wir haben ja noch das Chronikbuch und da wird gesagt, dass dort ebenfalls der Kurs sich um 810 Prozent verschlechtert hat im Vergleich zum Vorkrieg. 810 Prozent. Das Deutsche Reich hatte um die 1000 Prozent. Also auch die Briten haben da echt mit zu kämpfen. Ja, dann reist er wieder in die Schweiz. Unser letzter Eintrag vom 15. Januar, also heute genau von vor 100 Jahren am Tage, wo die Folge rauskommt. Vormittags, also er ist sozusagen über Frankfurt nach Basel-Zürich gefahren mit dem Zug. Vormittag Münster, Basel, auch Turm. Das deutsche Land ringsum so tief deutsch und doch nicht mit uns staatlich verbunden. Und weiterhin das verlorene Elsass, der Zwischen der Rhein, die lebendige, wilde, störige Seele Deutschlands. Deutschland, ein geistiger Kontinent, hundert Länder und Ländchen umfassend. Les Allemands. Daher nie als Einheit von außen anerkannt. Und so doch tief eins, wie eine Eiche mit zahllosen Zweigen und Ästchen. Die falsche Staatsidee, die von Rom und Frankreich ausgebildet, nicht passt auf dieses Reichtum. Das Problem, wie wir Macht und Kraft gegen Außengewinnen, noch nicht gelöst. Kaum begriffen. Die Übertragung der römisch-französischen Staatsidee jedenfalls falsch. Zunächst steht fest, wir sind, ist ja unterstrichen in seinem Tagebuch. Vielleicht umso gefährlicher und unzerstörbarer, weil wir so unfassbar und mannigfeitig sind wie Proteus. Ich fand das so toll. Okay, also das kann auch nur Harry Graf Kessler schreiben. Das ist so ein typischer Harry Graf Kessler-Tagebuch-Eintrag. Viele Wörter, also ich finde jetzt vom Inhalt her so konkret, ist bei mir jetzt nicht wie angekommen. Nee, das ist auch eher sehr rührisch. Also, sorry, aber ich muss gleich kotzen. Das ist ja, er beschreibt jetzt. Ich muss gleich kotzen. Danke, Steffen. Danke. Er beschreibt uns mit einer deutschen Eiche, mit den vielen Ästen. Das ist ja schon eine Propagandasprache, die er da benutzt. Ja, vor allen Dingen aus meiner Sicht ist das aber auch ziemlicher Käse. Ich fand es mal interessant. Ich lese gerade, wir waren ja, ach, das hat mir eine Einleitung erzählt, die waren am Histocamp. Und ich habe ein Buch bekommen, in meiner Flüstertüte, über Nationalismus. Und das lese ich gerade, das ist so ein vom Beck-Verlag, so wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung. Also sehr seriös. Jetzt kein Mist. Und da schreibt so ein Emitglied der Professor in sehr, sehr unsexy, sehr langweilig, staubtrocken hat den Nationalismus im Vergleich Nationalismus verschiedener Länder. Und der zeigt auch, dass zum Beispiel das in Frankreich, wie im Jahr 1700, nee, zur französischen Revolution haben nur 10% der Franzosen, nämlich die in Paris, hochfranzösisch gesprochen. Der Rest, die haben ja auch Occitanisch, das ist so eine Mischung aus allen romanischen Sprachen. Und dafür werde ich garantiert, von den Leuten die Einung haben verprügelt. Aber das ist jedenfalls nicht französisch. Mit bananen, ja. Das ist eine romanische Sprache, die haben Bretonisch, die haben tausend, die hatten ein riesiges Sprachgewirr. In Italien erst, das war auch ein einziges Sprachgewirr. Und so ist es halt auch bei uns auch, also dass diese Gebiete so unfassbar anders sind. Das ist jetzt bei den Franzosen auch nicht anders als wie wir. Wir hatten natürlich erst später Nationalstaat, aber wir sind da nicht so viel anders. Also ich finde es halt sogar gefährlich zu sagen, ja, das kann man mit den Franzosen nicht vergleichen, dieses Demokratie- und Nationalstaat-Ding, das passt nicht bei uns. Das ist halt Käse. Das ist auch so was, es wird immer so als Alleinstellungsmerkmal Deutschlands angepriesen, ist es aber, finde ich, nicht. Ich meine, ich habe jetzt, du hast jetzt Frankreich erwähnt und Italien, man kann es auch mit Spanien machen. Ja, guckt ihr da, diese ganzen Regionen haben ihre eigenen, nicht nur Dialekte, auch Sprachen. Aragon, Aragonien, das hat die Hauptstadt Zaragoza. Spanien ist ja noch so. Die fünftgrößte Stadt Spaniens und die haben auch ihre eigene Sprache. Dann bist du da im Norden, da gibt es immer noch die Sprache, die überhaupt nichts mit dem Roman, überhaupt nichts, keine, nicht aus der romanischen Familie stammt. Dann hast du da Galicien und Katalonien. Meine Frau, also ich habe im Verhältnis, letzte Folge übrigens geheiratet, meine Frau, wir haben schon, das haben wir schon letztendlich, meine Frau, Kann man es so umnehmen, das erwähnen, ja. Ja, ja, genau. Die kommt ja aus einer kleinen Stadt mit zwei Millionen Einwohnern in China und die sprechen da auf einer Sprachindustrie von fünf Millionen Einwohnern eine ganz eigene Sprache und zwar und das ist auch nur im kantonesischen Strachgebiet, aber das ist weder kantonesisch noch Mandarin. Ist ja überall so. Das ist grober Umflug, was er da schreibt. Ja, aber ich weiß nicht, das machen die Deutschen gerne mal, dass sie sagen, ja, wir sind so vielseitig und uns kann man nicht vereinen. Das macht aber jeder gerne. Also ganz ehrlich, jeder Mensch ist besonders. Das ja. Also jeder ist doch gerne irgendwie besonders. Auch du, Luis. Ja. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein System hat, sogar ein technisches und das möchte man, also da kommt erstmal die Antwort, nee, also das wie bei den anderen, das wird bei uns nicht gehen, weil wir sind besonders. Ja. Bei uns geht das nicht. Das habe ich auch gerne mal gesagt. Ja, wir sind immer besonders. Jedenfalls, jeder ist gerne besonders und nicht jeder Einzelne, sondern auch eine Gruppe von Menschen, sei es ein Volk, ein Staat, ist auch immer besonders. Sehr, sehr gerne. Ganz gerne anders als alle anderen. Ja. Und ich finde, das sind schöne Worte, um diese Folge zu enden. Wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht mit der alten Eule, erfahrt ihr in vier Wochen. Die nächste Folge von Verhunder kommt raus am 15.02.2020 und behandelt den 15.02.1920. Genau. Und damit verabschieden wir uns in die nächste Folge und Luis und Steffen sagen Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.